Willst du den nächsten alleine machen? Du meinst, er ist zu einfach. Ist das der nächste... Ist das ein richtiger Boss jetzt? Nein, nein, nein. Okay, wir gucken mal, was der kann, der Kollege hier. Oh, schön. Bro, warum chillt der nicht? Was ist mit dem? Ja, wir sollten vielleicht noch ein Stück hochgehen. Ich bin abgesch...